Wir sind nicht nur live, wir sind die nächsten 25 Stunden live. 25 Stunden, let's go! Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Geht das? Ich habe permanent das Gefühl, ich höre WhatsApp-Nachrichten mit doppelter Geschwindigkeit. B, äh, Quatsch, A. Das ist eine Tageslichtlampe. Ich habe eben auch gedacht, Mensch, es fühlt sich gut an, es ist gleich 11 Uhr. Weil es sind einfach auch noch 8 Stunden. Also ich glaube, jetzt sind wir gerade an dem Punkt, den wir eigentlich früher erwartet hätten, an dem Punkt, wo man langsam wahnsinnig wird. Das ist die erste Sendung, ich mache nächstes Jahr 30 Jahre Fernsehen, in die ich frisch rasiert reingegangen bin und mit einem Vollbart rauskomme. Wir sind jetzt 25 Stunden im Studio. Die richtige Antwort ist C. Ja! Und wir? Vielen Dank, Mensch. Vielen Dank.